Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Skin Gameplays und hier haben wir den Unterdrücker gefunden und den schauen wir uns gleich mal im Gameplay an. Das Teil ist auf jeden Fall schon mal mega interessant und super geil. So Leute, Epic Games hat uns einen Creator Code gegeben. Ihr könnt ihn eintragen unten rechts im Items Shop sofort U gleich TTV, dann auf Annehmen drücken. Es unterstützt uns sehr und ihr zahlt keinen einzigen V-Bug drauf, sondern unterstützt uns kostenlos. Und ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. Ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. Auf jeden Fall schon etwas aktiver. Oh mein Gott, mit einem Rocket Launcher. Okay. Da ist wieder Herr sofort. Ja, kämpft gegen die Brutes. Ja. Und woran stirbt er natürlich? Am Mech. Hier sehen wir es mal so richtig schön. Juhu. Ja. Ja. Okay. 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 Oh mein Gott. Leider nicht aufgemacht. Aber war gut. Ja. Mech. Oder... Minigun. Yippie, aye, aye. Übrigens, hier, er hat auch hier jetzt diese aktuelle Picke, ne? Hier sieht man die aktuelle Picke. Mal drauf achten. Ja. Schauen wir uns das mal an, wie das mit der Picke aussieht. Hier ist schon ziemlich cool, ne? Wenn das drauf... Oh ja. Da sieht man ja auch den Effekt hier. Ist cool. Auf jeden Fall. Ziemlich cool. Ja, der Unterdrücker ist auf jeden Fall ein mega cooler Skin. Oh. Den hat er gut geholt. Schöner Snipe. Und... Ja. Da ist er am Strandbomber verreckt. Na, wo landest du denn? Ist schon cool, ja? Also, wenn es euch gefallen hat, lasst mal einen Daumen rum, da schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet es nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder heißt... Fortnite-Skin-Gameplays mit Mini-Man gleich. Oh, guck mal da. Da. Das sieht man sonst gar nicht. Hier sind auch diese Striche drin. Haut rein, macht's gut. Bis dann. Und... Tschüss.